Musik Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bissett und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks, generell zu die Gegenseite des Rechts. Den vergesst nie. Law ist die ultimate science. Nerds of Law Episode 41 Let's get philosophical mit Ralf Janik Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zur heutigen Folge des Nerds of Law Podcast. Heute haben wir Herrn Ralf Janik im Studio. Ralf hat so viele Titel, dass ich sicher drei vergesse, wenn ich damit anfange. Sowohl der Michael als auch ich waren schon beim Ralf im Podcast zu Gast. Und nachdem er auch extrem viele spannende Dinge zu erzählen hat, haben wir ihn heute zu uns eingeladen. Aber ich glaube, Ralf, würdest du dich bitte einfach mal selber vorstellen, was du machst und was dein Hintergrund ist? Ja, hallo, erst einmal danke für die Einladung. Ja, das mit den Titeln muss ich natürlich ein bisschen schmunzeln. Ja, ich habe Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften studiert und eben auch bei Rechtswissenschaften Doktorat gemacht und dann noch einmal im europäischen und internationalen Recht in Amsterdam studiert, einen LLM gemacht und war dann eben Assistent an der Uni Wien, dann Lehrbeauftragter bis heute an der Uni Wien und auch noch an einigen anderen Unis bzw. Lehrgängen, also relativ nah an dem dran, was man als Existenzlektor bezeichnet. Also eben mit einer Mischung aus Gastbeiträge und Lehrveranstaltungen versuche ich mich da über Wasser zu halten und eben auch mit so Hobby-mäßig eben auch über das Podcasten, obwohl da kommt kein Geld rein, da kriegt man nur Feedback. Das ist sozusagen mein Lohn, wenn mir ehemalige Studenten oder andere Interessierte sagen, das war eine interessante Folge, das ist dann mein Lohn. Aber eben für die Miete reicht es nicht. Das kennen wir irgendwo her. Also bis jetzt hat uns leider noch niemand bezahlt, um als Gast zum Podcast zu kommen. Aber wer weiß, vielleicht wird das noch. Quatsch mal gleich über den Podcast. Wie bist du überhaupt zum Podcasten gekommen? Worum geht es in einem Podcast und was ist so deine Zielgruppe? Ja, das ist eine witzige Frage, weil ich ursprünglich Podcast empfohlen bekommen von einer sehr lieben Kollegin noch an der Uni Wien und für mich war das Medium eigentlich nichts, weil ich ein eigentlich optischer Typ bin und habe mich da noch dagegen verwehrt und bis heute ärgert sie mich ein wenig, weil sie sagt, anfangs habe ich mich so gewehrt gegen Podcasts und jetzt habe ich selber zwei eigentlich sogar, also ursprünglich... Ich muss so lachen, weil der Michael sich auch ewig gewehrt hat, mit mir einen Podcast zu machen. Ja, sie hat mir ein halbes Jahr angesudert, dann war ich hooked. Ja, genau, das ist bei mir auch ein bisschen so. Also ich höre jetzt auch selber sehr viele andere Podcasts und finde, dass das Medium eben was das Schöne an dem ist, dass man sehr viel Zeit hat. Habe ursprünglich eine mit der Judith Kohlenberger gemacht, da ist dann aber zeitlich ist der dann irgendwann nicht mehr sich ausgegangen, vor allem bei ihr nicht mehr ausgegangen. Dann habe ich einen mit dem Moritz Moser, einem Kollegen. Wir waren gemeinsam bei der Rechercheplattform Addendum, wo wir eben über verfassungsrechtliche Fragen, aktuelle, aber auch klassische, reden. Also wir haben zum Beispiel über Schnitzlers Reigen gesprochen. Das war ja mal ein VfGH-Fall, der sich darum gedreht hat. Und am längsten und am kontinuierlichsten habe ich meinen eigenen, der heißt Recht politisch, wo ich versuche, aktuelle Themen aus einer breiteren Perspektive, also sowohl völkerrechtlich, menschenrechtlich, manchmal auch europa- und verfassungsrechtlich, als auch historisch ein wenig einzuordnen. Also sowas wie Sterbehilfe, die Diskussion um eine Impfpflicht und so weiter und so fort. Also das heißt, die Zielgruppe sind nicht nur Juristen, sondern allgemein Personen, die sich für diese Themen interessieren. Genau, das wäre der Versuch. Die Ambition ist, das sind Interesse, also Menschen mit Interesse an rechtlichen Themen. Und das können eben Studierende sein, das können sein alle möglichen anderen Menschen. Also Anwälte natürlich auch, das können auch sein Unternehmer, Journalisten, Journalistinnen, also wirklich jeder, der sich für Politik interessiert. Deswegen versuche ich da zu verknüpfen, Recht und Politik miteinander. Weil eben sehr oft Menschen sich denken, geht das rechtlich überhaupt? Und das ist dann oft so eine, vom Bauchgefühl her, eine Frage. Und die klassische Antwort, die wir alle geben, die ihr sicher auch kennt, das kommt darauf an. Aber dass ich mir ein bisschen gedacht habe, und das war ja auch schon bei Addendum schon so, oder das habe ich auch schon auf der Uni versucht, war immer dieses, okay, es gibt oft keine einfachen Ja-Nein-Antworten, also versuche ich da wenigstens zu sagen, warum es diese einfachen Ja-Nein-Antworten gibt und was man nicht alles mitbedenken muss. Weil unsere Welt ist allgemein sehr komplex und folglich auch rechtlich sehr komplex. Und das ist genau der Grund, warum ich mir dann denke, gut, dann versuchen wir es wenigstens ein bisschen aufzudröseln, damit nicht die, die sehr viel Meinung, aber wenig Ahnung haben, das Feld alleine haben für sich. Und wie gesagt, das ist das Schöne, ein Podcast, man hat viel Zeit und manche Themen brauchen einfach mehr Zeit als einfach ein Ja oder Nein, so ist es, so ist es nicht. Weil, ja, das geht halt oft nicht so einfach zu beantworten oder die Aussage ist halt oft nicht ganz richtig. Ja, aber du machst eigentlich, finde ich, extrem wertvolle Arbeit und das, was mich eigentlich sehr beeindruckt immer, wenn man dir sowohl den Podcasts als auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen folgt, dass du bist, zwar unter Anführungszeichen politisch, aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, in die eine oder in die andere Richtung und trotzdem einfach sehr objektiv und sozusagen mal ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen. Das finde ich, ich meine, wie schaffst du das? Wie hältst du die Balance in einer Zeit, wo Politik ja extrem polarisiert und man das Gefühl hat, dass die Kluft immer weiter auseinander geht? Wie schaffst du das da zu sagen, das mal ein bisschen wieder reinzuholen? Ich glaube, ich schaffe es eh nicht. Also ich glaube, es kommt echt aufs Medium an. Also auf Twitter jetzt beispielsweise habe ich wirklich gemerkt, dass die Polarisierung mich auch voll erfasst hat, da ich mir sehr lange alle Mühe der Welt gegeben, mich immer zurückzuhalten und merke aber, dass das in den letzten circa ein, zwei, vielleicht drei Jahren passiert ist, mich auch voll erfasst hat. Also dass ich da wirklich nicht mehr so zurückhaltend bleiben kann. Ich schaffe es viel eher beim Podcast, bei Gesprächen, eben auch wenn man jetzt bei Medien eingeladen wird, so einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, okay, wie ist das jetzt die Position von den anderen? Und ich habe einen sehr diversen Freundes- und Bekanntschaftskreis und werde da bombardiert mit allen Sichtweisen und versucht dann irgendwo eine zu finden, die möglichst viel in Betracht zieht, was dann aber dann dazu führt, dass man sehr oft auch sagt, naja, das kann man so sehen und so sehen. Und ich habe auch in der medialen Arbeit eben bei Addendum damals gemerkt, dass dieses So-Sehen und So-Sehen vielleicht interessant ist, vielleicht eine gute Gesprächsgrundlage bietet, aber für Medien oft vielleicht nicht so interessant ist, weil da möchte man eben eine klare Ansage, da möchte man eine Geschichte hören und nicht drei Geschichten, weil alle drei irgendwo ihre Berechtigung haben. Also ich glaube, es kommt wirklich aufs Medium an, wo kann man sich eher zurücklehnen, wo hat man eher mehr Zeit? Also wenn man jetzt beispielsweise eingeladen wird, sagen wir bei PULS24, wo ich in letzter Zeit ein bisschen öfters war, da hat man dann doch einigermaßen Zeit, sich vorzubereiten und die unterschiedlichen Fragen, die sich um einen Themenkreis stellen, sich selbst auch zu stellen und für sich zu beantworten. Gleichzeitig bei den Medien, die schneller sind, wo es keinen Filter gibt, da bin ich sicher auch mittlerweile nicht mehr oder einfach nicht so objektiv, wie ich oft gerne wäre. Gleichzeitig möchte ich, glaube ich, schon noch betonen, dass der Begriff der Objektivität allgemein ein bisschen überstrapaziert wird, weil ich finde, das ist etwas, das hat man bei der Coronavirus-Krise sehr gut gemerkt, dass da sehr viel Emotion dabei ist und man sich selbst hinterfragen muss, wie objektiv man überhaupt sein kann als Mensch, weil wir haben alle unsere Biases, wir wollen alle unsere eigene Meinung bestätigt haben, wir haben einen Availability-Bias, das, was man öfter liest, nimmt man stärker wahr und ich würde mir viel mehr wünschen, als das, was eben oft von Journalisten geforscht wird, dass sie ach so objektiv sein sollen, was aber sehr oft ohnehin nur eine Illusion ist, sondern viel mehr Introspektion betreiben würden, nach innen blicken würden, sich fragen, gut, wie objektiv kann ich da überhaupt sein, wie objektiv will ich überhaupt sein? Und mir ist es auch viel lieber, wenn ich bei einem Medium zum Beispiel ungefähr weiß, aus welcher Richtung es kommt, als wenn ein Medium so tut, als wäre es komplett objektiv und transparent und neutral und wenn man dann hinter die Kulissen blickt, stimmt das einfach nicht. Da ist mir viel lieber, wenn die Leute ungefähr wissen, wie sie ein Medium auch einordnen können oder auch einen Akteur. Das heißt, wenn man jetzt medienrechtlich sich das Ganze anschaut, dass die Leute eher mehr der Blattlinie treu bleiben oft und halt auch verschiedene Meinungen und nicht nur Informationen liefern. Ja, und ich habe auch gemerkt, also das weiß ich sogar noch von der Neuen Zürcher, wo wir bei NZZAT waren, dass die Meinungsstücke natürlich immer sehr gut gehen und gleichzeitig die auch nicht so viel und damit stüchen Arbeit sind, weil ein Meinungsstück kann man schnell mal rausballern zu einem Thema, das gerade alle aufregt. Das wird auch viel gelesen, aber gleichzeitig, und das war das Schöne damals an Attendum, war das, dass die Sachen, die eine Grundlage bieten, mehr Substanz haben. Also da gibt es viele Recherchen, die bis heute relevant sind, jetzt zum Beispiel ganz aktuell beispielsweise zum Skifahren und wem gehören die Berge unter Anführungsstrichen. Das ist natürlich die undankbare Aufgabe und die undankbare Recherche, weil sie halt länger dauert, vielleicht im Moment auch gar nicht so oft geklickt wird, aber auf lange Sicht sich besser bewährt. Aber gerade, wenn du sagst, gerade in den sozialen Medien, da polarisiert es gerne, da jetzt auch ein bisschen einen verfassungsgrundrechtlichen Hut aufzusetzen, man hat ja einfach immer wieder das Problem in sozialen Medien, man sagt was, es ist öffentlich und, wie soll ich sagen, ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute heutzutage in Social Media Sachen sagen, die sie anderen niemals ins Gesicht sagen würden, jetzt mit oder ohne Klarnamen. Und daraus kommt dann auch immer wieder die alte Diskussion, die einen schreien Meinungsfreiheit, die anderen schreien Persönlichkeitsrechte, die dritte schreien Datenschutz. Wie macht man das jetzt, um jetzt mal auch ein bisschen den Laien oder den von unseren Hörern, die jetzt nicht täglich eine Grundrechtsprüfung machen, wie geht man mit dieser Balance um? Die Balance zwischen den drei Themen, meinst du jetzt? Das sind so meiner Meinung nach die häufigsten, die im Internet verletzt werden oder die im häufigsten Konflikt stehen. Erst einmal siehst du das anders, siehst du dann auch andere Grundrechte, die oft reinkommen. Ich glaube, es ist einfach die Frage, wie macht man es jetzt als Jurist, als Richter, als Gesetzgeber, wenn sich mehrere Grundrechte gegenüberstehen? Ja, ich meine, die große Grundsatzentscheidung, die man halt für sich selbst und auch als Gesellschaft treffen muss, ist die, sagt man, man lässt sich eher auf den Schlips treten und nimmt das hin oder sagt man, man möchte präventiv, dass das Internet ein kuscheliger Ort ist. Das ist zum Beispiel bei der Anonymitätsdebatte, über die wir auch mal schon gesprochen haben, länger, ganz, ganz entscheidend, sagt man, man nimmt hin, dass da jemand vielleicht wirklich ausfällig wird und ich merke es ja auch bei mir jetzt, je größer der Twitter-Account wird, desto mehr wirklich Blödsinn und wirklich auch unter der Gürtellinie Kommentare habe oder auch ad hominem Argumente habe ich, wo ich mir dann aber denke, ja, das ist etwas, das kann man durchaus hinnehmen und als einzelner User kann man jemanden einfach blockieren, auf stumm schalten und so weiter. Und ich habe trotzdem immer noch lieber, dass halt einige vielleicht mit der Anonymität nicht richtig umgehen oder sie ausnützen, um unfair zu argumentieren oder ad hominem einen persönlich zu beleidigen, ist mir trotzdem immer noch lieber, als wir sagen jetzt zum Beispiel, wir lassen keine Anonymität zu. Weil die Anonymität hat ja auch zwei Seiten. Einerseits kann sie natürlich missbraucht werden, andererseits gibt sie ganz viele Menschen, die selbst vulnerable sind. Klischee-Beispiel, ein Homosexueller in einer kleinen Dorfgemeinschaft, der sich vielleicht austauschen will in einem Forum, der Gleichgesinnte finden will, die vielleicht ganz woanders leben, aber mit denen er über das Internet kommunizieren kann. Eine junge Frau aus einem erzkonservativ-religiös geprägten Haushalt, die vielleicht auch sich austauschen möchte oder etwas anderes erfahren möchte, ohne ihre Identität preiszugeben und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir müssen uns da wirklich immer wieder die Grundsatzfrage stellen, wie viel hält man als Individuum aus und wie viel hält man als Gesellschaft aus? Wie viel soll ruhig gesagt werden? Wie viel gehört zur Demokratie dazu? Und da bin ich halt im Zweifelsfall dabei, zu sagen, im Zweifelsfall müssen wir alle, jeder selbst, ein gewisses Korsett haben, oder ein gewisses Korsett, aber ein, wie bei den Ritterrüstungen, so ein, die haben wir da oft drunter, so ein Stahlkleid. Vielleicht braucht man sowas auch, genau, so ein Kettenhemd. Ein Kettenhemd, ja. Oder darüber tragt man, glaube ich, ein Gambeson, soweit ich weiß. Ah, ne. Da lasse ich jetzt aufgrund meinen Nerd-Außerhänger. Ich habe viele Freunde, die in der Mittelalter-Szene unterwegs sind, die das selber dann Kettenhemden nähen und so weiter und darum bin ich da ein bisschen informiert, wer was wie tragt. Da bin ich ja genau an der richtigen Stelle, genau. So ein Kettenhemd braucht man wahrscheinlich. Und mir wäre lieber, wenn die Leute sowas, ich meine, das ist leicht gesagt, jeder ist unterschiedlich vulnerable und verletzt. Aber im Endeffekt muss man, glaube ich, schon an dem Punkt kommen, zu sagen, dass man im Zweifelsfall mehr aushält, als zu sagen, man möchte jetzt jeden gleich verklagen können und bei jedem gleich die Identität wissen und so weiter und so fort. Das hat so viele Facetten. Und auch, dass wir als Gesellschaft sagen, im Zweifel lassen wir mehr Meinung zu. Aber ich verstehe schon auch, dass viele andere sagen, da sind wir jetzt bei dem, das kann man so sehen und so sehen, die jetzt sagen, dass da im Internet, dass das teilweise demokratiegefährdend ist, was sich an News verbreitet, was sich auch an unflätigen Äußerungen verbreitet und sehr schnell verbreiten kann und das eben natürlich mit der Meinungsfreiheit auch eine gewisse Meinungsverantwortung einhergeht. Und diese Balance, im Abstrakten kann man da schön drüber reden, aber im Einzelfall ist das natürlich immer wieder schwierig aufs Neue. Und das werdet ihr als Praktiker noch weitaus besser wissen als ich, denke ich. Ist da auch nicht das Problem, dass, ich meine, ich gehöre zu der Generation, wir sind mit 56K-Modem aufgewachsen, bei uns hat es gehe aus dem Internet, die will telefonieren und so weiter. Und was bei uns schon noch sehr stark war, diese, sage ich mal, zwei Hauptmythen zum Internet, erstens Internet rechtsfreier Raum und zweitens komplett anonym. Und das ist irgendwie was, wo ich so das Gefühl habe, auch meine Generation und die Generationen vor mir, die haben das noch so drinnen, dass da einfach viele Leute nicht unterscheiden können. Also was sie im Internet sagen oder so, weil das so drinnen ist, dass man sagt, na ja, dann sagt man es halt. Oder auch das, wie soll ich sagen, ich gebe immer das Beispiel, weil ich es am Stammtisch sage oder dann auch sehr oft gesagt wird, nein, das wird man ja noch sagen dürfen. Oder ob ich es auf Twitter oder Facebook oder so schreibe, also dass da die Leute irgendwie mit dieser Digitalisierung finde ich noch keinen Unterschied machen, dass da nicht so viel Digitalkompetenz irgendwie da ist. Sehr gut, das Wort Digitalkompetenz. Ja, wobei ich mir dann natürlich auch denke, es ist jetzt wirklich, kommt darauf an, welche Art von Diskussion wir jetzt meinen. Also zum Beispiel unter einem Artikel von einer größeren Zeitung, wo dann die Leute wirklich teilweise sehr, sehr ungut werden, sowohl in Foren als auch daran in Facebook drunter. Gleichzeitig haben wir jetzt schon auch angestoßen durch die EGMR-Rechtsprechung eben, ich glaube in Estland war ja das ja ein Medienbetreiber oder ich glaube der Delft-Fall, dass jetzt auch Medienbetreiber umso mehr erkannt haben, dass sie auch eine gewisse Verantwortung haben und eben, dass sie Foren moderieren müssen, dass sie Facebook-Kommentare, die gewisse Grenzen überschreiten, löschen müssen. Natürlich gleichzeitig führt das dann oft dazu, dass sie schneller löschen als nicht, weil im Zweifelsfall, wenn man die Verantwortung trägt, dann wird man sagen, gut, dann löschen wir, bevor wir uns da vielleicht auch noch irgendwo rechtlich dafür verantworten müssen. Und das ist dann eben wieder die andere Gefahr. Aber ja, die digitale Kompetenz ist ein wirklich gutes Schlüsselwort, weil ich schon noch, eben wenn wir jetzt wirklich sind bei diesen unflätigen Kommentaren mit Stammtisch und so weiter und so fort, dass da schon noch viele das Gefühl haben, naja, ich habe ja eh nur ein Pseudonym und eine E-Mail-Adresse und mich findet man eh nicht. Und solange sie jetzt nicht eine gewisse Schwelle überschritten haben, sprich strafrechtlich relevant, solange sie jetzt keine Morddrohung ausgesprochen haben, findet man die ja jetzt, ist es jetzt mal nicht so leicht. Und da merke ich ja auch, dass da jetzt viele, auch zum Beispiel Medienakteure selbst, also ich glaube Ö24 und der Richard Schmidt zum Beispiel ist da wirklich an der Front, der zum Beispiel sagt, keine Anonymität jedweder Art, damit man eben auch, wenn eine Beleidigung ist oder ein Gerücht in die Welt gesetzt wird, damit man die Personen, die dahinter stecken, auf jeden Fall finden kann. Aber ich halte das für ein zweischnelliges Schwert und sehe eben wirklich, wie gesagt, diese große Gefahr, dass damit auch Menschen sich nicht mehr ins Internet begeben können oder wollen oder sich dort nicht hintrauen, die dort aber auch die positiven Aspekte merken, wie schon vorhin angemerkt, diese Beispiele, wo Menschen sich auch einfach in Anonymität austauschen können untereinander über sensible Themen, über emotionale Themen, wo man wirklich ein hohes Interesse dann hat, dass das ja niemand mitbekommt, weil es ja noch ein Geheimnis ist zum Beispiel. Wobei gerade diese Vernetzungsmöglichkeit man ja auch wieder aus meiner Sicht zweischneidig sehen kann. Also auf der einen Seite sagt man ja glaube, dass das ohne das Deep Web der arabische Frühling nicht möglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite haben wir eben die Geschichten mit Dark Web auch diese Probleme beziehungsweise jetzt habe ich so das Gefühl, dass es heutzutage über das Internet über Foren wahnsinnig leicht ist, eine Filterblase zu erzeugen, indem sie Leute, die sonst vielleicht so separat sind, wo es aufgrund, ich sage es jetzt ganz ehrlich, auch aufgrund von Verschwörungstheorien vielleicht die Vernetzung gesamtpolitisch betrachtet nicht so ideal ist, dass sie halt einfach auch die Möglichkeit haben, sozusagen sich ihre Meinungen im Web durch andere Personen bestätigen zu lassen, die es früher wahrscheinlich nicht erreicht hätten. Also deswegen ich schaue ein bisschen das Problem aber. Das ist mir auch schon aufgefallen, vor allem ist mir dabei aufgefallen, dass natürlich, wenn man oft früher dachte, man sieht das nur als Einziger so oder hat da irgendwelche Zweifel und dann vernetzt man sich mit Menschen vielleicht aus irgendwo im letzten, aus buxte Hude oder aus dem letzten Winkel in Deutschland und hat auf einmal das Gefühl, es sehen eh ganz viele genauso wie ich. Also dass man eben dann doch ganz viel, dass man wieder bei dem Bias ist, ganz viel Confirmation findet und der andere Punkt ist aber natürlich, dass man dennoch mehr anderen Meinungen ausgesetzt ist denn je zuvor. Also ich kann jetzt nicht genau aus dem Stehgreif herauf sagen, woher diese Studie war, aber die war ganz interessant, weil die Menschen gar nicht so isoliert sind, weil sie dann trotzdem, sobald sie irgendwo rausgehen, trotzdem mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Also sobald du da auf Twitter oder einem YouTube-Kanal deinen Kommentar raushaust, wirst du dann trotzdem unten in den Comments wie in der Hand, der sagt, das stimmt nicht oder was für ein Blödsinn. Ob das jetzt eine besonders wertvolle Debatte ist unter den YouTube-Kommentatoren ist wieder eine andere Frage, aber trotzdem wird man mit anderen Meinungen ständig konfrontiert. Also es gibt zwar die Filterblase, wo man sich wechselseitig verstärkt, aber die, wo man sich nur gegenseitig den Bauch pinselt und jeweils in der anderen Meinung bestätigt, einerseits glaube ich, ist das für die Menschen selbst nicht zu befriedigen und andererseits, sobald man mal versucht, ein breiteres Publikum zu erreichen, gibt es eh wiederum sehr viel Gegenwind. Also so ganz bin ich mit der Blase und selbst wenn es sie gibt, so ganz bin ich insofern nicht sicher, weil es sie ja früher auch gegeben hat. Das ist schon genannt, der Stammtisch. Das war aber auch etwas, da sitzt man zusammen, regt sich über dieselben Sachen auf, aber sonderlich, ich meine, ich bin auch teilweise in einem Wirtshaus aufgewachsen, also so richtig, dass da jetzt der große Austausch wäre und ganz viele unterschiedliche Meinungen und man hat da wirklich spannende Diskussionen geführt, na da ist Herr, man sitzt da beim Achtel und regt sich über den und den Politiker auf und jeden Tag ein bisschen was anderes, aber man regt sich grundsätzlich mal auf, also bin mir jetzt nicht so sicher. Also eh so mehr wie Twitter. Ja, aber gut, dieses Aufregen, dieses Sudern, das ist ja trotzdem, das muss eine genetische Eigenschaft von uns Österreichern sein. Also das ist, wir, glaube ich, neigen einfach wahnsinnig, dass wir uns aufregen, dafür dann offenbar andere Sachen nicht. Aber ein Punkt ist schon wahr, ich meine, wenn du jetzt jemanden hast, ich meine, das kannst du im Positiven und im Negativen sehen. Du bist halt eine Person, die auf irgendwas steht, ob das jetzt ein skurriles Hobby ist und du kennst niemanden, der drauf steht, dann wirst du es vielleicht nicht so ausleben, wie wenn du die Möglichkeit hast, mit jemand in, weiß ich nicht, Hongkong und jemandem in Brasilien, das Hobby gemeinsam auszuleben. Und ich sage das jetzt Hobby von den, weiß ich nicht, Sammeln von irgendwelchen Fuseln bis zu strafrechtlich relevanten Dingen. Und wenn du dann da die Unterstützung hast, gerade bei den negativen Dingen, dann hat das plötzlich ein Eigenleben, wo du dann sagst, okay, wenn du dann damit rausgehst oder wenn die drei Leute da mit diesem negativen Ding rausgehen, sei das im Dark Web oder sonst wo, finde ich vielleicht, oh, das klingt geil, was es nicht alles gibt, probieren wir das auch. Also ich möchte mich jetzt an der Stelle mal ganz stark für die Bauchflusen-Community stark machen. Wieso hast du gewusst, dass ich Bauchflusen gemeint habe? Weil das biologisch gesehen primär ein männliches Problem ist. Keine Ahnung warum. Da gibt es, glaube ich, hat sogar irgendwer mal einen alternativen Nobelpreis der Figuren oder so. Ich finde es einfach bedenklich, dass du weißt, wovon ich rede, wenn ich Flusen sage. Ich sage immer, meine Frau sagt, du hast da Flusen und ich sage dann immer, es ist eine stütztragende Fluse, das gehört so, das tragt man heiter so. Gut, Bauchflusen, ich werde dem nachgehen auf jeden Fall. Ich habe jetzt eher an sowas gedacht wie Fantasy, Basketball oder so oder alles Mögliche. Ich habe eben vor ein paar Wochen bin ich da mit ein paar Detroitern gesessen, die halt auch Detroit Pistons Fan sind und aus den Staaten und auf einmal ist man da im Videochat mit Menschen, mit denen man seit Jahren schreibt über ein Basketballteam. Also das sind die schönen Seiten des Internets, dass man sich mit Menschen connecten kann für eben ein Hobby, eben Flusen oder vielleicht auch Basketball. Die anderen Seiten sind natürlich auch, wenn man da quasi jetzt eine Verschwörung oder etwas Gemeinsames plant und sich wechselseitig verstärkt. Aber das ist ja jetzt per se nicht neu. Das Neue ist vielleicht nur, dass es leichter ist, aber dass es grundsätzlich funktioniert, ist ja jetzt auch nicht neu. Wobei, so haben uns auch ich und die Katharina kennengelernt, weil bevor wir die Nerds auf Locker gegründet haben, war ich und bin ich nach wie vor noch bei den Lawbusters und sie hat mir irgendwann mal angeschrieben und gesagt, hey, das ist cool, was ihr macht. Und wie schaut das aus? Und ich glaube, dann haben wir einfach mal relativ lange miteinander telefoniert und haben dann relativ viel miteinander telefoniert, bevor wir uns überhaupt einmal das erste Mal gesehen haben, weil ich glaube, das war auf der Iris damals, also internationales Rechtsinformatik-Symposium. Also es war sicher ein halbes Jahr später oder so. Es soll auch Menschen geben, die sich über Twitter kennengelernt haben und dann geheiratet haben. Habe ich erst vor ein paar Tagen gesehen, so ein Tweet, dass jemand über Twitter kennengelernt und dann gab es eine Heirat. Ich glaube gerade, ich meine, das ist auch ein Nerd-Problem oder war zumindest oft in Michael und meiner Jugend auch ein Problem, dass es nicht so viele Leute gibt, die halt auf diese Dinge stehen und dann findest du solche Leute halt mehr online. Und dann hast du halt, zum Beispiel ich, sehr lange in einer Self-Publishing-Podcasting-Community und das schon vor über zehn Jahren drinnen und da war niemand dabei, der aus Österreich ist. Ich glaube, es war eine Person aus Deutschland, aber die meisten anderen Leute von meistens USA, Australien, Neuseeland und so weiter. Also das sind halt Dinge, die dann natürlich helfen, aber das kann auch nach hinten losgehen. Und was mich jetzt interessieren würde, ein bisschen zu den rechtlichen Problemen zurück. Ich meine, wenn ich jetzt was öffentlich ins Internet schreibe, auf Webseite, Social Media und so weiter, dann ist das ja gleich einmal weltweit online. Jetzt einmal ausgenommen mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Nordkorea-ähnlichen Ländern. Und dann hast du eben auch Leute, die sich weltweit irgendwo einmischen und Dinge tun und man weiß nicht, wo die sitzen. Wie ist es, du machst ja viel, auch internationales Recht, was sind da die größten Herausforderungen, wenn du jetzt international irgendwas durchsetzen willst? Ja, also das ist natürlich gleich eine der großen Gretchenfragen, dass natürlich das Internet, beziehungsweise allgemein die weltweite Vernetzung viel schneller ist als das internationale Recht. Das heißt, und das ist ja auch der Vorwurf gegenüber dem internationalen Recht und der kommt ja nicht von ungefähr, ist eben diese Frage der Durchsetzbarkeit und was dann am Ende übrig bleibt. Das heißt, das haben wir ein bisschen, kommt mir vor, seit den 1990er Jahren hat das ein bisschen verloren, diese ganze Debatte rund um Global Governance. Also es gibt globale Probleme, globale Kooperation, gleichzeitig gibt es aber keine globale Rechtsdurchsetzung, Rechtssetzung und Rechtsumsetzung. Das heißt, das Völkerrecht ist da sehr oft schwach ausgeprägt. Das haben wir gemerkt bei der Terrorismusbekämpfung, dass das zwar schon länger auf globaler Ebene stattfindet, aber dann natürlich wiederum auf die einzelnen Länder ankommt. Das findet man jetzt auch, und da werden wir auch wieder bei der Überschneidung zu euren Themen, wenn es jetzt beispielsweise geht um sogenannte Hate Speech im Internet, wenn das dann auf einer Seite wie Facebook theoretisch weltweit abrufbar ist und sich dann die Frage stellt, naja, was ist, wenn ich das jetzt, kann ich jetzt als einzelner Staat ein global agierendes Unternehmen dazu verpflichten, diesen Kommentar überall zu löschen. Und ich habe schon den Eindruck und den Vorwurf verstehe ich auch, dass jetzt kein Vorwurf eigentlich gegenüber dem Völkerrecht, sondern gegenüber denen, die das Völkerrecht schaffen, also in erster Linie Staaten, dass das natürlich dann ein wenig hinterherhängt, zu sagen, gut, wenn schon globale Kommunikation heute so leicht möglich ist, dann muss es auch sehr leicht möglich sein, diese globale Kommunikation gegebenenfalls, will ich sagen, einschränkend, das klingt so böse, aber zumindest ihr gewisse Riegel vorzuschieben, nämlich dann, wenn es irgendwie strafrechtlich wird oder wenn die Grenzen der Meinungsfreiheit klar überschritten werden. Also Stichwort Eva Klawischnik beispielsweise mit dem Kommentar, der sie auf sie bezogen hat, das können auch ganz andere Fälle sein, also wo eben diese Grenzen eindeutig überschritten werden, dann sagt man, gut, kann jetzt das kleine Österreich unter Anführungsstrichen dem großen Facebook sagen, ihr müsst das überall löschen. Aber das ist ja auch ein Thema, was macht Frau Barfolgen, mit Professor Zankl diskutiert haben, dass in Wirklichkeit, jetzt in dem Fall war es ja der EuGH, also schon mal ein bisschen mehr als ein einziger einzelner Staat, aber da werden in Wirklichkeit von einem Unternehmen Sachen verlangt, die sonst von natürlichen Personen verlangt werden. Ich meine, dieses oder ähnliche Kommentare haben wir ja besprochen und das ist etwas, was du als Mensch vielleicht beurteilen kannst, aber jetzt als, sagen wir mal, digitale Plattform ist das vergleichsweise schwer. Oft denke ich mir auch, es fängt manchmal schon den Schritt davor an, weil mein Urheberrecht ist schon ein bisschen mehr durch die WIPO, sagen wir mal, gleichmäßig geregelt, aber ich kann mir gut vorstellen, gerade im Medienrecht, ob jetzt etwas üble Nachrede ist, ob jetzt etwas eine Beleidigung ist, wenn das in einem anderen Land nicht rechtswidrig ist und dann beleidige ich halt jemanden, der in Österreich ist, wo es rechtswidrig ist, da sind wir wieder bei Sachen, das lasst sich im Offline-Strafrecht zum Beispiel viel leichter regeln. Wie geht man da am besten damit um? Ja, eben, also bei Glavischnik, die Kausa hat ja auch vor dem Handelsgericht begonnen, darum war ja, ich meine, darum das Argument, dass das ja im Prinzip auf einer einzelstaatlichen Ebene zumindest mal beginnt und die Frage natürlich auch bei Ländern außerhalb des Rechtskreises der Europäischen Union sich ja genauso stellen kann. Ja, und da müsste man dann theoretisch globale Standards haben, die es aber nicht geben kann, wir haben die ja nicht einmal innerhalb von Europa und da sind wir wieder beim Problem. Kann dann jetzt ein Land mit dem dortigen Standard an Meinungsfreiheit den anderen auch aufzwängen? Also wir kennen ja auch die Debatte USA-Europa, da haben wir nicht dieselben Auffassungen von Meinungsfreiheit. Während zum Beispiel dort Nationalsozialismus zwar verpönt ist, aber jetzt keine strafrechtlich bewährte Norm dem entgegensteht, dass man da jetzt vielleicht irgendwie mit Symbolen Symbole veröffentlicht oder eben in die Richtung, dass man da wesentlich weniger streng ist als beispielsweise in Österreich und Deutschland, wo man aus historisch offensichtlichen Gründen ganz, ganz andere Standards anlegt. Und da muss man natürlich auch bedenken, man kann jetzt nicht ausgehend vom liberalen Staat als Sondermodell. Das heißt, wenn wir jetzt da unsere Meinungsfreiheitsstandards anlegen, dass die in einem anderen Land ganz anders ausgelegt werden können und dann, das ist ein bisschen das Problem, dass wir wieder beim Völkerrecht, Völkerrecht, wir haben da lange diese Fiktion gehabt, dass es ein weltumspannendes Recht sei, die ist aber in den letzten Jahren ganz massiv gebröckelt und da gibt es ein sehr lesenswertes Buch von Ian V.R. Roberts, die die Frage gestellt hat, ist International Law International? Und ihre Antwort ist, nein, ist es nicht. Also, wenn man mit einem Chinesen über Völkerrecht spricht, mit einem Russen, einem Franzosen, einem Briten, einem US-Amerikaner oder einem Deutschen oder Österreicher, beziehungsweise jeweils innen, wird man ganz andere Antworten bekommen um all diese Themen. Das heißt, die Aussicht, der Ausblick, das Verständnis von Völkerrecht ist in all diesen Ländern ein gänzlich anderes und das betrifft sehr viele Themen, Souveränität, Wirtschaft, natürlich ist es ein Unterschied, ob man ein mächtiges Land hat, weniger mächtiges Land und natürlich eben auch die Meinungsfreiheit und ganz viele andere Menschenrechte. Und oft funktioniert die globale Kooperation nur, solange man auf der Phase, auf der Ebene bleibt der allgemeinen Begriffe. Also, es ist sehr leicht für jedes Land zu sagen, wir halten die Meinungsfreiheit hoch, wir halten uns an Menschenrechte. Wenn es dann aber darum geht, was ist die Substanz hinter den Menschenrechten? Dann findet man diametral entgegengesetzte Meinungen, also Recht auf Familie beispielsweise, Privatleben, das ist in Russland, da gibt es eine Allianz zwischen Russland und arabischen Ländern, die das Recht auf Familie ganz anders interpretieren, als wir es im Westen interpretieren, die zum Beispiel dieses Recht verwenden, um damit gegen LGBTIQ-Rights vorzugehen. Dann Terrorismusbekämpfung, anderes Beispiel, nach 9-11, 2001, gab es eine große globale Kooperation und alle haben den USA zugesichert, sie zu unterstützen, nur gleichzeitig hat man auch gemerkt, Terrorismus definiert jedes Land anders, vielleicht gar nicht nur abstrakt rechtlich, also da gibt man, da hat man mehr Gemeinschaft, also da ist die Definition, da gibt es eine bessere Definition, als viele glauben, weil eben die Standardantwort ist immer, es gibt keine bürgerrechtliche Definition, man kann schon eine finden, aber wenn es dann an eine Substanz geht, wer ist ein Terrorist? Was ist terroristische Handlung? Ab wann ist es einschüchternd? Gehen die Länder ganz weit auseinander? Und da hat man auch gemerkt, dass ganz viele Länder den Begriff verwenden, um Oppositionelle zu unterdrücken, um Kritik zu unterdrücken, um zu sagen, das ist schon Terrorismus, das ist schon Aufheizung, das ist vielleicht schon eine Verschwörung gegen die Regierung, vor allem dann, wenn es keine demokratische ist, also man sie nicht einfach abwählen kann. Und wie gesagt, das liegt aber in der Natur des Völkerrechts, dass auf der höchsten abstrakten Ebene man einen Konsens findet und sobald es an die Details geht, sobald man mal schaut, okay, jetzt schauen wir mal, was steckt dahinter, hinter diesem Körper, schauen wir da mal hinein, machen wir da mal eine nähere Untersuchung und dann wird man merken, dass da ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen dahinter stecken und es sehr oft ist, ja, verwenden wir dieselben Begriffe und meinen damit unterschiedliche Dinge. Wir haben jetzt nicht nur beim, wenn es jetzt um Hate Speech und so weiter geht und Technik viele grundrechtliche Themen, ich meine, ich sehe es, die Diskussion im Datenschutz mit dem Datentransfer in den USA, ein anderes Thema, wo es aber sehr wohl kommt und das ist die ganze Diskussion mit Grundrecht und künstlicher Intelligenz. ich glaube, die Sophie Martinetz hat das mal in einem Vortrag erzählt, wo es um die, wo ein Autonomous Car Manufacturer gefragt worden ist, wenn es darum geht, verletzt man jemanden, der auf der Straße ist oder seinen eigenen Insassen, sagt er, er schützt natürlich seinen Insassen zuerst, aber das ist sein Vertragspartner, das ist sein Kunde. Aber gerade jetzt, wenn es um das autonome Fahren geht, gibt es ja sehr viele, sehr grundrechtliche Probleme. Wie siehst du das oder wie ist deine Herangehensweise und wo glaubst du, dass der Weg hingeht, wenn man langsam menschliche durch künstliche Intelligenz ersetzt? Puh, ja, also nur kurz auch noch zum ersten wegen dem Datenschutz, weil du ansprichst die Menschen. Da gibt es eine, zufälligerweise habe ich die erst gestern noch einmal gesehen, weil ich eben den Autoplay aktiviert hatte von YouTube und ich habe gerade, ich habe mir die Schulter verletzt und bin deswegen relativ immobil und bin dann eben ein bisschen hängen geblieben und habe, weil ich nicht so viel machen kann, einfach mal ein bisschen Videos geschaut und eines davon, das kannte ich schon, habe ich dann nochmal gesehen, das war nämlich der John Oliver, als es in der Folge ging um Edward Snowden und da hat er auch eine Straßenumfrage gemacht, ganz beliebig Menschen ausgesucht am Times Square, mit denen über Snowden gesprochen, sie wussten nicht, wer das ist, manche haben ihn verwechselt mit Assange, wieder anderen gesagt, ja, der hat irgendwelche Geheimnisse verraten und waren da eigentlich relativ, wie kann ich sagen, nicht so interessiert, weil man ja oft, wenn man ein Nerd ist, sagen wir, ich bin sicher in Sachen Recht ein Nerd, also sobald ich das Wort Völkerrecht höre, ist es fast so, als würde jemand meinen Namen sagen, andererseits ist das dann schon so, dass man nicht vergessen darf, dass natürlich andere Menschen ganz andere Interessen haben und nicht ständig auf Twitter hängen und nicht ständig irgendeine, irgendwelche rechtlichen Themen lesen, weil so spannend ist das für die meisten dann auch nicht, ja, und das kann man ja verstehen. Selbstverständlich, ja, das ist, wenn man das Leben nennt. Ja, das war so schön, weil der Snowden hat ja gesagt, dass sich, weil er hat ihn gefragt, wie ist das in Moskau, wie geht es ihm dort, und er hat gesagt, naja, sein Leben ist eigentlich sehr, der klein ist sowieso großteils hinterm Bildschirm, also so viel hat sich für ihn gar nicht mal verändert, das war dann ganz witzig, ich dachte, Gott, stimmt, für mich wird sich wahrscheinlich auch nicht so viel verändern, weil man einfach viel Zeit hinterm Bildschirm verbringt, aber was ich noch, warum ich das erzähle vom John Oliver, ist eben, dass dann hat er irgendwann den Menschen gefragt, naja, aber was ist, wenn jetzt die Regierung es sehen kann, wenn du ein Dickpick verschickst, ja, mit Konsens natürlich, da wäre wieder bei dem, also Ungefragte, das brauchen wir jetzt nicht reden, aber wirklich so anscheinend, wenn du eben mit deinem Partner, mit deiner Freundin, wem auch immer, ihr verschickt euch da gegenseitig Bilder, sehr intime Bilder von euren gewissen Körperbereichen und da haben die Menschen ganz anders reagiert, also da war dieses abstrakte, ja, Datenschutz, was heißt denn, solange das abstrakt ist, ist das nur ein formaler Begriff, sobald man aber sagt, das heißt dann beispielsweise, dass die Regierung, der Government, all das sehen kann, was du auf deinem Handy sehen kannst, dass sie sehen kann, wenn du jetzt intime Nachrichten verschickst, intime Bilder verschickst, was du auch immer browsen magst, also wo eben dann eben schon, wo es dann einfach so ein bisschen, was man nicht mehr immer jedem erzählen würde und sobald das mal ein bisschen plastischer wird, gehen die Menschen dann schon anders damit um und vielleicht ist das eine große Aufgabe, die man hat beim Thema Datenschutz zu vermitteln, dass das nicht nur ein formaler Begriff ist, sondern dass dahinter steht, dass man intime Bilder, intime Nachrichten, Geheimnisse über andere, die man vielleicht wieder anderen verschickt, dass das heißt, dass das alles jemand sehen kann. Zum Beispiel, dass ich anhören würde, eine Werbeagentur und der zu sagen, bitte macht's das irgendwie, bringt's das ins Bewusstsein der Leute und die zu drastischen Schritten greifen, dann vielleicht nicht ganz so drastisch, weil dann gibt's wieder EU-Bashing, aber es gibt sich auch andere Mittel und Wege, aber ja, gewisse Leute in der Werbebranche hätten sicher die ein oder andere Idee. Absolut, aber ich nehme einfach den Sound-Snippet von dir und spiel es den Leuten vor, wenn sie mal am Keks gehen, das ist schon okay, jetzt habe ich das in the can. Und zu KI, genau, das ist natürlich auch sehr spannend, weil das sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir verschiedene Ethiken haben in jedem Land. und ich denke da reflexartig an diese, da gab es den Rechtsstreit in mehreren Verfassungsgerichten und das ist natürlich ein völkerrechtlich, warum kann ich zu so vielen Themen was sagen, weil das Völkerrecht und die Menschenrechte bei so vielen Themen was zu sagen haben und eins wäre jetzt zum Beispiel auch die KI und da gibt's zum Beispiel, da hat Deutschland versucht, nach 9-11, die Regierung damals, vor einigen Jahren mittlerweile, gibt's dann das berühmte Urteil rund um die Möglichkeit, ein Flugzeug abzuschießen, das gehijackt wurde, wenn es ohnehin schon sich auf den Weg macht, in ein ziviles Objekt hineingeflogen zu werden, also das 9-11-Szenario, wo dann Karlsruhe, also das deutsche Bundesverfassungsgericht, gesagt hat, nein, das geht nicht, weil man tötet das Leben von den einen, um das Leben von anderen zu schützen. Das ist eine Instrumentalisierung des Lebens, die sich mit dem in Deutschland ganz zentralen verfassungsrechtlichen Begriff der Menschenwürde nicht verträgt. Dann hat aber das russische Höchstgericht beispielsweise gesagt, ja, dass ein solches Gesetz geht, also dass man zum Beispiel ein Flugzeug abschießt, selbst wenn dadurch die Insassen sterben, um andere zu schützen, weil die Insassen im Flugzeug ja ohnehin sterben würden beispielsweise. Dann hat das, glaube ich, auch das polnische Höchstgericht beschäftigt, in Österreich hat sich die Frage nicht gestellt, wir richten uns da ohnehin tendenziell nach Deutschland, aber was man daran merkt, ist natürlich Ethik, auch keine, es gibt kaum eine globale Ethik, also vielleicht die goldene Regel könnte man vielleicht eben, oder auch eben den kategorischen Imperativ, ja, aber auch nur so lange möglichst abstrakt ist, aber sonst, und gerade bei KI, wenn das... Ich glaube, den kategorischen Imperativ musst du Leuten erklären, die durch Rechtsphilosophie gepennt haben, so wie ich. Also die ganz kurze Version wäre einfach, tu niemandem irgendwas, was du nicht willst, dass der dir auch antut, ja, oder im positiven Sinne, so wie du behandelt werden möchtest, von anderen so behandelt die anderen auch, ja, also im positiven Sinne. Und... Wie ist das? Der kategorische Imperativ von Kant handelt so, dass du wollen kannst, dass dein Handeln so allgemein im Maxime wird, oder so. Genau. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich kann. Das hast du auch sehr schön gesagt. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich im Studium wirklich nicht können habe. Genau, das kann man sicher auch schon in der Bibel auch finden, ja, und in anderen alten religiösen Texten. Aber der Punkt ist, genau, den ich versuche zu machen, es gibt vielleicht ein paar Handlungsbegriffe und ethische Begriffe, die wir überall haben, in allen Kulturen in der einen oder anderen Form, aber eben wiederum auch nur, solange sie ganz abstrakt bleiben. Und gerade bei KI, wenn jetzt ein amerikanischer Autohersteller eine KI entwickelt für ein selbstfahrendes Auto und diese Fragen beantworten muss, diese berühmten Fragen, die wir auch aus der Rechtsphilosophie kennen, wenn jetzt der Zug zufährt und entweder er tötet zwei Gleisarbeiter oder ein Kind, und die Gleisarbeiter sind schon Ende 50, das Kind hat doch das Leben vor sich, wie stellt man die Weichen, dass die zwei älteren Männer getötet werden oder das junge Kind und so weiter und so fort. Also all diese Fragen und dann müsste man die, abgesehen davon, dass es da natürlich sowieso nie eine eindeutige Antwort gibt, aber da müsste man zum Beispiel verschiedene Produktionslinien haben, je nachdem, in welches Land das Auto exportiert wird. Und dann hätte man in Europa beispielsweise wiederum, Casis de Dijon-Prinzip, in Europa hätte man dann das Problem, dann müsste man für ein Produkt eine ethische Handlungsanleitung haben, weil ja, was in einem Land zugelassen ist, automatisch auch in allen anderen als zugelassen gilt. Und eben, das wissen wir vom berühmten Casis de Dijon-Fall. Und da sind wir jetzt wiederum auf globaler Ebene, müsste man jetzt sagen, entweder versuche ich eine globale Ethik zu finden, was eher unrealistisch ist, oder Hersteller müssen sich damit abfinden, für jedes Land eine unterschiedliche KI zu programmieren oder eben einzubauen. Puh, das wird dann wiederum schwierig. Wäre dann die Konsequenz, wenn man sagt, was in einem Land zugelassen ist, muss in allen anderen Ländern auch zugelassen werden, dass man dann in Wirklichkeit einen Race to the Bottom hat? Irgendwie, dass man sagt, ja, das ist in dem Land zugelassen, das ist in dem Land zugelassen und irgendwann hat man dann einen kleinsten gemeinsamen Nenner, der irgendwie unbefriedigend ist? Ja, also im Idealfall hätte man natürlich einen Race to the Top, dass man gerade dann und dass man eben auch, also weil auch in Europa, das war ein Hintergrund von dem Fall, das war einfach nur, dass die europäischen Mitgliedsländer der EU zu dieser EG zu langsam waren und dann einfach der EuGH als Motor der Integration gesagt hat, gut, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann presche ich da vor und das wäre dann auf globaler Ebene ohnehin nicht möglich, weil wir keinen globalen, also wir haben kein Äquivalent zum EuGH, was aber wiederum dann sein könnte, wäre das dann wieder jedes Land, bevor sie es zulassen, sagen, na, das muss unseren Standards entsprechen, das heißt, vielleicht in Europa könnte es den geben, aber da haben wir ja wiederum dieses Zulassungsprinzip gilt ja nicht überall gleichermaßen, da kann man auch wieder aus Gründen öffentlicher Sicherheit, Gesundheit, kann man schon das verhindern. Also die Ausnahmen sozusagen. Ja, genau. Und eben, dadurch, dass es da ohnehin keine eindeutigen Antworten gibt, wird man wahrscheinlich auch in Europa wiederum vielleicht, dann hat man wieder das Problem, dass sich das in Europa zersprageln würde und das nächste Problem, dass wir auch keine genuine europäische Debatte über diese Themen haben und auf einer weltumspannenden Ebene noch weniger, aber das wird eben gerade beim Thema KI und das betrifft ja nicht nur jetzt selbstfahrende Autos, das betrifft ja genauso Kampfroboter, das betrifft genauso vollautonome Waffensysteme, Drohnen beispielsweise und diese Debatten, also jetzt vor allem aus österreichischer Sicht, diese Debatten haben wir ja auch kaum. Also in Deutschland wurde jetzt vor kurzem über Drohnen gesprochen, wir, wir denken ja nicht mal dran, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, überhaupt in nächster Zeit welche zu kaufen. KI-Debatten sehen Österreich auch nur ganz, ganz zurückhaltend, also dieser alte Spruch, dass wenn die Welt mal untergeht, dann ziehe ich nach Österreich, weil dort passiert alles ein bisschen langsamer oder ein bisschen später, das merkt man ja auch bei all diesen Debatten, also die sind zwar für uns spannend, aber da sind wir vielleicht zu klein und zu sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir sie überhaupt intern bei uns führen würden, aber eben auch auf globaler Ebene, das führt jeder Rechtskreis, jedes Land für sich selber, aber eben nicht auch länderübergreifend, was aber eigentlich notwendig wäre, weil spätestens dann, wenn solche Produkte exportiert werden, muss man sich dann fragen, sind die ethischen Vorgaben in einem Land auch gut genug oder eben adäquat für ein anderes Land? Das hat der Gunkel immer recht schön auf den Punkt gebracht, aber der hat das jetzt nicht über Recht gesagt, sondern über Sprache, so, das haben wir nicht, für das brauchen wir als auch kein Wort. Wenn es wer andere hat, dann ist das nicht unser Problem. Auch eine sehr österreichische Herangehensweise. Wobei zum Beispiel gerade mit der Geschichte mit der Ethik und so, weil du das zuerst angesprochen hast, das ist ja, glaube ich, generell auch schwierig. Da gibt es ein recht schönes Beispiel, an das habe ich denken müssen. Also ich glaube, das mit den Flugzeigen, da hat es einmal die Debatte gegeben, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, ich glaube, das waren die Lockerbie, das Lockerbie-Verfahren, da hat es einmal was gegeben oder so, aber da bin ich mir jetzt selber nicht sicher. Wo es auch darum gegangen ist, wie man mit Terroristen oder so umgeht, die Flugzeuge entführt haben. Aber das habe ich, das ist schon ganz weit weg im Studium. Und die andere Geschichte ist das, also gerade mit dem Flugzeug, das mit die Geschichte von Ferdinand von Schirach. Genau, ja. Da war eben bei Lockerbie, genau, da ging es darum um eine Flugzeugsprengung über dem schottischen Ort Lockerbie. Da ging es aber nicht so sehr um die Frage, ob man es abschießen darf oder nicht, sondern dann die Frage, was macht man mit den Verdächtigen beziehungsweise den Planern und den, es war ein Staatsterrorismus, da merkt man auch, wie viele Begrifflichkeiten von Terrorismus. Es gibt da, aber es eben libysche Terroristen, aber die auf Geheiß von Gaddafi gehandelt haben und die Frage, ob die jetzt innerhalb von Libyen verurteilt werden und es ein Verfahren gibt, wo man jetzt nicht damit rechnen kann, dass dieses Verfahren sonderlich strikt sein wird oder eben die Frage der Auslieferung und dann die völkerrechtliche Frage war wieder eine ganz andere, aber die, kann der Sicherheitsrat den IGH overrulen oder kann der IGH den Sicherheitsrat overrulen? Also wie stehen die beiden zueinander? Kann der Sicherheitsrat entgegen einer Resolution und kann der IGH entgegen einer Resolution vom Sicherheitsrat handeln? Genau, aber das Beispiel wäre eben Schirach, diese große Frage, ethisch ist es in Ordnung, ein Flugzeug abzuschießen, um damit wenigstens die Leben von denen zu retten, die sich in dem Gebäude finden, befinden, auf das das entführte Flugzeug zusteuert. Und das ist eine ethische Frage, die sich nicht beantworten lässt, einwandfrei. Da gibt es einfach so viel, kann man so sehen, so sehen, so sehen, was da mitschwingt. Und wenn das mal nicht mal innerhalb von einem Land geht, geht das schon gar nicht grenzüberschreiten, weil das wäre dann das nächste Problem. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich den kurz noch ausführen darf, ich verspreche kurz. Was ist, wenn das ein entführtes Flugzeug ist, von einer ausländischen Fluglinie und an Bord sind, sagen wir, Passagiere aus vier Ländern. Das heißt, sagen wir, 70 Prozent sind aus Land A, weil das ist auch das Land der Fluglinie, 20 Prozent aus Land B und dann 10 Prozent sind nochmal aus vier, fünf unterschiedlichen Ländern. Das heißt, dann hat man auch noch das Problem, dass die jeweiligen Länder, wenn die Menschen kommen, auch noch sagen können, Moment, ihr habt da staatlich verfügt, diese Menschen getötet, um das Leben von den Menschen zu retten, die sich in dem Gebäude befunden haben. Wenn jetzt in dem Gebäude nur Staatsangehörige von Staat C sind, also von einem Land können wir wieder sagen, jetzt habt ihr dem Leben von den Staatsangehörigen eines Landes Vorrang gegeben gegenüber von einem anderen Land, nämlich dem von euren eigenen Staatsangehörigen. Das ist eine Debatte, die wir jetzt beim Coronavirus ja auch haben. Alle sagen, wir kaufen zu wenig Impfstoffe und dann heißt es wieder kaufen, 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 aber wir reden auch nicht über die Länder, die sich die vielleicht gar nicht kaufen können. Und genauso auch bei einem Flugzeugabschuss. Wenn das auf dem Gebiet ist von einem Staat, dann rettet der seine Staatsangehörige, indem er die Staatsangehörigen von anderen Ländern tötet. Also, das sind wir wieder bei der Frage Völkerrecht, globale Ethik und da bin ich vielleicht ein bisschen bei Trump, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber der hat da zumindest diese leichte Lösung gesagt, diese leichte, diese einfache Lösung gesagt, naja, America first, aber er versteht, dass jedes andere Land auch seine eigene, also jede andere Regierung die eigene Staats, die eigene Staatsbevölkerung, die eigene Bevölkerung first gibt, also auf die Interessen des eigenen Staates schaut. Das ist zumindest eine einfache Lösung. Ob sie ethisch in Ordnung ist, ist eine ganz andere Frage und ich wage zu behaupten, ich glaube, bei so einem Flugzeugabschuss wären die anderen Länder wohl selten der Meinung, dass das in Ordnung war, aber gleichzeitig könnte man dann wieder fragen, naja, aber wenn ihr in unserer Haut gesteckt wärt, hättet ihr vielleicht dasselbe gemacht und dann sind wir wieder bei Kant. Vielleicht eine Pervertierung von Kant, aber doch bei Kant. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wo geht es hin, wo gehen die Grundrechte, wo geht Völkerrecht hin? Wir haben jetzt im Internet politisch schon drüber gesprochen, aber auch von den Ländern her. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, Blick nach Brexit etc., dass wir alle näher zusammenwachsen. Was siehst du in der nächsten Zukunft auf uns rechtlich zukommen? Was sind so die nächsten Themen, die wir völkerrechtlich, grundrechtlich angehen müssen oder was angegangen wird? Da muss ich gleich dran denken, es gibt von Oppenheim einen Text, der heißt The Future of International Law. Ich glaube, der Text ist in den 1920er Jahren. Dann gibt es auch einen Text aus den 80er Jahren von Thomas Frank, eine International Law Agenda for the 80s. Das heißt, es gab immer wieder diese Texte, wo jemand so in die Zukunft ein bisschen blickt und dann, wenn man es aus heutiger Sicht liest, man oft erstaunt ist, wie viel Weitblick die hatten oder darüber schmunzelt, wie wenig. Das heißt, das kann jetzt auch bei dieser Frage mich zutreffen, auch wenn ich mich natürlich nicht mit dem großen Thomas Frank und dem noch größeren Lasser Oppenheim auf eine Stufe stellen möchte. Wir werden dann in zehn Jahren die Folge zurückhören und schauen, ob es gleich gerade heißt. Genau, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Völkerrecht seine besten Zeiten hinter sich hat. Also, die besten Zeiten unter Anführungsstrichen war halt einfach die Phase unmittelbar nach dem Kalten Krieg. Da war diese Euphorie da, da hat man die WTO gegründet, was nämlich nicht geklappt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Europäische Union hat sich tiefer und tiefer integriert. Man hat stärker zusammengearbeitet auf ganz vielen Bereichen. Es wurden Investitionsschutzabkommen geschlossen. Im Rahmen der Menschenrechte gab es 1993 die große Weltkonferenz zu Menschenrechten in Wien. Im Umweltrecht ist etwas weitergegangen mit der Rio-Deklaration 1992 und jetzt in den letzten Jahren steckt das Völkerrecht ziemlich fest. Das heißt, was wir erleben werden, was wir nicht erleben werden, ist auf jeden Fall in naher Zukunft eine neue, große internationale Organisation wird jetzt mal nicht gegründet werden. Wir werden jetzt auch nicht die ganz großen Würfe machen bei wirklich multilateralen Verträgen im Rahmen des Menschenrechtsschutzes. Das ist jetzt mal vorbei beziehungsweise haben wir da eh schon sehr viel. Was es aber geben kann und was auch stattfindet ist zum Beispiel zumindest bilaterale Abkommen im Wirtschaftsbereich. Also erst heute ganz aktuell ja die Ankündigung von einer grundsätzlichen Einigung zwischen der EU und China rund um ein Investitionsabkommen. Was genau dahinter steckt wird man halt sehen. Also eben, dass man zumindest sagt, dass man fairen Wettbewerb zulässt in den beiden Ländern und Transparenz, vielleicht sogar das ganz heiße Eisen-Investitionsschutz, was ich aber nicht glaube. Das ist für das erste Mal weg vom Tisch. Aber zumindest auf bilateraler Ebene es trotzdem noch immer viele Möglichkeiten gibt. Die Briten haben ja auch ganz schnell ein Abkommen geschlossen mit der Türkei, ein Freihandelsabkommen. Die müssen jetzt sehr viele neue Freihandelsabkommen schließen. Das heißt, die große Zeit des multilateralen Völkerrechts, wo wirklich weltumspannend oder zumindest wo ganz viele Länder miteinander kooperieren, ist über weite Strecken vorbei, kommt auch noch vor. Also eben, wenn man sich jetzt anschaut, RCEP, also das große regionale Freihandelsabkommen im asiatischen Raum, da ist schon noch punktuell was möglich, aber wo ganz viel noch immer drinsteckt, ist es natürlich auf bilateraler Ebene. Und die Themen, die natürlich bleiben, ist nach wie vor die Kooperation im Zusammenhang mit dem Internet, also mit globalen Kommunikationsmedien und globaler Warenverkehr auch. und was ich auch erhoffe, ist, dass man aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch sich darauf verständigt, bei der WHO Reformen durchzuführen und da auch Besserungen durchzuführen, weil man eben merkt, es gibt sowas wie rein nationale Probleme nicht. Und beim letzten, dass man ja auch bei der Parallele zwischen Coronavirus-Pandemie und Klimawandel, dass man dann auch merkt, okay, es ist ja nicht so, als würde der Virus dann sagen, ah, okay, das ist gerade die Staatsgrenze zu Nussar, na, ich drehe wieder um. Und beim Klimawandel ja genau dasselbe und das sind die Themen unserer Zeit. Gleichzeitig sind aber die Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit eher schlecht, aber es könnte sein, dass es sich jetzt zumindest unter einer neuen US-Präsidentschaft die Bereitschaft für multilaterale Zusammenarbeit wieder gestiegen ist und das Gesprächsklima damit auch ein gänzlich anderes wird. Also, es gibt schon noch Anlass für Optimismus dieser Tage. Dann ist es ja gut, dass wir dann zumindest ein bisschen auf einem, sagen wir mal, optimistischeren Punkt die Ethik-Debatte abschließen. Was mich noch interessieren würde, weil das fragen wir gern unsere Gäste, weil wir immer wieder Shopping-Tipps brauchen können. Was sind so deine Lieblingstools, Software, Hardware-technisch, mit denen du, ohne die du nicht leben und oder arbeiten könntest? Also, bei Podcasts arbeite ich mit, also das ist eben Freeware mit Audacity. Das ist für meine Zwecke ein sehr angenehmes Programm und habe auch ein Blue Yeti-Mikrofon. Das ist das, wo es am leichtesten geht, dass man skypt und mit einem anderen Programm aufnimmt gleichzeitig und das eben auch verschiedene Modi hat, um aufzunehmen. Also, man kann da umstellen, wenn man jetzt zum Beispiel im Raum ist mit mehreren Personen, gibt es einen Modus, den man einschalten kann. Wenn man zu zweit gegenüber sitzt, kann man einen anderen einschalten. Wenn ich jetzt, so wie mit euch, aufnehme, gibt es einen dritten. Also, das ist so mein bevorzugtes Mikrofon und ja, das wäre so im Großen und Ganzen, also eben für Aufnehmen, die zwei, meine Go-To-Tools, sowohl Hardware- als auch Software-mäßig. Vielen, vielen Dank. Ich schaue jetzt mal virtuell zu Michael. Der darf seine letzte Frage heit, weil wir es mit einem Völkerrechtler zu tun haben, ein bisschen umformulieren. Ralf, Vereinigte Föderation der Planeten oder galaktisches Imperium? Ist das die Star-Wars-Star-Trek-Frage? Das hast du ganz richtig erkannt. Du kannst dich auch für den Herrn der Ringe entscheiden. Ich darf mich für den Herrn der Ringe auch entscheiden. Ja, du darfst auch für den Herrn der Ringe entscheiden. Dann Herr der Ringe. Star Trek bin ich von den 90er-Jahren von dieser doch eher schlechten, also ich fand die Serie damals irgendwie nicht so gut, die 90er-Version von Star Trek und die hat mich da glaube ich nachhaltig negativ geprägt gegenüber Star Trek, obwohl mir jemand, ein Nerd, letztens erklärt hat, dass Star Trek eigentlich viel durchdachter ist als Star Wars. Mir fehlt aber die Expertise, um das beurteilen zu können. Außerdem habe ich Angst, dass ich mir mit der Hälfte der Hörer und Hörerinnen verscherzen könnte, wenn ich dazu stark Stellung beziehe. Das haben alle unsere Gäste, ich kann die beruhigen, es ist sowohl als auch, wir sind da quasi settingagnostisch und nein, Herr der Ringe geht auf jeden Fall. Und ich kann da versichern, dass Star Trek anders ist als Star Wars, aber ich finde beides ganz gut durchdacht. Ich glaube, Star Wars ist nur ein bisschen wegen diesem eben intergalaktischen, wie heißt das nochmal? Imperium. Ich glaube, Star Wars ist näher am Völkerrecht. Also Star Wars hat stärkere Parallelen zum Völkerrecht. Wir haben es auch in unserem Lehrbuch Völkerrecht verstehen, wenn ich die kurze Werbung machen darf, haben wir auch einen kurzen Verweis auf Star Wars als so ein bisschen, dass die Anleihen genommen haben bei den Vereinten Nationen. Cool, das stimmt. Das kann ich durchaus bestätigen. Ja, dann müsste ich eigentlich sagen Star Wars, ja. Also dann sage ich eben auch Star Wars. Du brauchst überhaupt nicht festlegen. Und sei es nur, meine Europarechtsfreunde ein bisschen zu ärgern. Ja, der Ringe hat auch genug was von Europarecht. Es gibt auch die verschiedenen Nationen und die arbeiten auch zusammen und so weiter. Ja, ich mache auch bei meinen Fällen auf der Uni nämlich sehr oft Herr der Ringe Orte und Herr der Ringe Charaktere. Also es ist sehr oft in einem Land ist dann die Diktatur Mordor mit dem Staatsoberhaupt S kürze ich dann mit S ab. Super. Weil ich bin davon abgegangen echte Länder zu nehmen weil da hat man dann immer Sorge, dass man vielleicht wen verärgert oder dass jemand die Sachlage anders sieht und dann nehme ich viel lieber hypothetische Länder. Obwohl da hat mich einmal ein Studierender ermahnt in der Prüfung selbst weil ich anscheinend irgendwie zwei Welten miteinander verwechselt habe. Das war mir dann natürlich sehr unangenehm. Also das sind dann halt die Risiken, die man da eingeht. Da muss man aufpassen. Der Rauf auf den Nords. ein Nerd drin ist. Ja. Ich glaube, wenn es mir jemand mit Herr der Ringe erklärt hat wäre ich vielleicht auch besser ein Völkerrecht gewesen auf der Uni. Aber da warst du wie ich studiert habe warst du noch lang nicht Assistent. Liberal, vielen, vielen Dank dass du uns besucht hast. Das war mir immer sehr, sehr spannend. Für mich auch, ja. Sehr gerne. Das war unsere bisher philosophisch, 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 tiefste Folge. Ich probiere es noch einmal, Michael. Das war bisher die Folge wo am meisten Philosophie vorgekommen ist. Du hast wunderbar konzise den kategorischen Imperativ auf den Punkt gebracht. Danke, danke. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich weiß. Also so ein bisschen DK, ein bisschen Kant und viel Kierkegaard. Das reicht schon für jedes Gespräch bei einem langweiligen Empfang. Ich glaube, der beste Philosoph ist einer von der Scheibenwelt, der gesagt hat, Dinge passieren und damit hat sich's. Wow. Das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com kennt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons bei Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bordet. Ihr findet seine Webseite unter mickbordet.com Live long and prosper. Eure Nerds of Law. Untertitelung des ZDF,